Wir machen jetzt weiter mit dem Thema Notebooks und Software und ja man könnte heute schon sagen wir haben hier ein HP Special, da wir Ihnen jetzt verschiedene Laptops zeigen und die sind alle von HP und alle richtig erste Sahne, das verspreche ich Ihnen. Ich habe auch einen von denen, kann ich Ihnen da natürlich verraten und das macht super Spaß mit denen zu arbeiten, allein von der Qualität her sind die schon extrem klasse und wir haben auch noch hier dann unseren schönen TV Sonderpreis für Sie. Ja, HP da braucht man glaube ich nicht viel zu sagen, kennt jeder, Hewlett Peckert, die haben in den 40er 50ern glaube ich angefangen Computer zu bauen in ihrer Garage im Silicon Valley, haben das Silicon Valley mehr oder weniger mitbegründet und sind seitdem immer ganz vorne dran, was die Technik und Entwicklung an Computern betrifft eben. Inzwischen sind sie einer der größten, wenn nicht der größte Computerhersteller der Welt. Die bauen Rechner in allen Größen und Formen für den Normalbenutzer, aber eben auch für den Geschäftsbereich und für den Profibereich. Und das sind die Geräte über die wir heute sprechen. Wir haben vier Laptops für Sie in verschiedenen Größen und Ausstattungen, die Ihnen eben, das sind eher aus dem Profi- und Geschäftsbereich. Das heißt, es sind alles Rechner, die sehr robust sind, die die super Bauteile drin haben, weil wenn im Geschäftsleben unterwegs bist und irgendwo eine Präsentation halten musst, dann ist das schlecht, wenn das mittendrin abstürzt oder der Akku nicht hält oder Pixel nicht funktionieren. Das ist halt der Vorteil, den Sie an einem Geschäfts- bzw. Profirechner haben. Wir haben diese hier, das sind alles Refurbished-Geräte, also Leasing-Rückläufer. Das heißt, wir können Ihnen hier einen Preis anbieten, der wirklich fast schon unerhört ist hier. Diese Rechner kosten normalerweise viel, viel, viel mehr Geld, sind als Neugeräte mal von einer Firma geleast worden. Als Leasing-Periode dann vorbei war, haben die die zurückgenommen und uns dann verkauft zu einem super Preis. Wir haben die aufbereiten lassen und nochmal gründlich testen lassen. Also es geht los mit sauber machen. Ich liebe diesen Clip, wo man das immer sieht. Die werden also gründlich sauber gemacht, die elektronischen Bauteile nochmal alle getestet und dann wird da noch so ein Langlauf-Test gemacht, mehr oder weniger. Wahnsinn. Das heißt, du kriegst hier also ein frisch getestetes Gerät, was bei Neugeräten eben nicht immer der Fall ist. Da ist dann schon mal ein Pixel nicht da, das ist dann lila oder so, haben Sie vielleicht schon mal gesehen irgendwo auf dem Monitor oder Laptop. Die hier sind also 100 Prozent getestet und wie gesagt zu einem Preis, den es so noch nie gab. Wir fangen an mit diesem Modell hier. Das ist ein HP Elite X2. X2 steht dafür, dass wir hier eine Doppelfunktion haben. Der ist von der Technik erstmal ein ganz sehr schicker Laptop aus. Schauen Sie mal, wie angenehm flach der ist. Hier vom Design her schon mal was ganz Besonderes. Er hat hier dann eben, wir haben einen Core i5-Prozessor drin, 8 GB RAM, eine 256 GB große Platte und die Bildschirmdiagonale ist sehr schlanke, 12,3 Zoll. Das sind so 31 Zentimeter. Aber da kann man eben wirklich sehr gut sehen, was hier alles schon mit verbaut ist. Sie sehen hier oben zum Beispiel schon mal, da steht Bang & Olufsen. Das heißt, wir haben hier also eine Soundanlage, kann man schon sagen, der Extraklasse drin. Bang & Olufsen, das braucht man glaube ich nicht zu erklären. Sie haben Geschäfte überall und haben High-End Hi-Fi und TV-Geräte. Wenn man da in den Laden reingeht, kostet das schon mal 20, 30 Euro nur, um reinzukommen und die Geräte sind dementsprechend teuer. Das ist hier schon mit eingebaut. Sprechen wir mal, also der Laptop ist fantastisch. Die Tastatur ist fantastisch. Da hat man einen richtigen Anschlag, weil es halt ein Geschäftsrechner ist. Und ich gebe ihn dir jetzt mal, Diana. Dann kannst du uns mal diese Doppelfunktion zeigen. Das ist nämlich das Interessante an einem speziell diesem Modell. Den können Sie nämlich ruckzuck in ein Tablet verwandeln. Das ist magnetisch da festgemacht. Und jetzt haben Sie ein Tablet in der Größe. Sie haben ein Tablet mit einer 12,3 Zoll Diagonale, ein Tablet mit 8 GB RAM, ein Tablet mit einer 256 GB großen Festplatte und noch dazu die 8 GB RAM mit einem Core i5-Prozessor. Das macht unglaublich Spaß, damit zu arbeiten, weil Sie jetzt nämlich hier tatsächlich so arbeiten können, wie Sie es auf dem Handy gewohnt sind hier. Ganz einfach kann man hier eben hin und her scrollen, weil es ein Touchscreen ist. Und das ist eine ganz große Arbeitserleichterung. Wenn man kleinen Text hat, wenn man Notizen machen will, wenn man was malen will, kann man das hiermit eben tatsächlich alles machen. Spielen, Filme gucken. Du weißt, wie das ist. Wenn man einen Film guckt, sehen wir ja alle sehr gerne. Aber dann hat man einen Laptop da im Bett stehen oder auf dem Sofa. Hier hat man ein richtiges Tablet und zwar ein riesengroßes mit fantastischem Klang. Dafür ist das ja wie gemacht, dass man hier eben dann diese große Bildschirmdiagonale den Klang genießen kann. Und das alles hier für diesen kleinen Preis. Das ist das Unglaubliche hier. Auf jeden Fall. Ich bin auch richtig begeistert. Ich habe den Laptop nämlich selber bei mir in der Maske stehen und arbeite damit täglich. Und ich kann das echt nur empfehlen. Auch hier das Praktische, dass man es einfach als Tablet verwenden kann. Aber dann natürlich auch wieder mit der Tastatur zusammen. Und das ist einfach äußerst praktisch. Der passt auch in meine Handtasche immer gut rein. Und ich bin einfach richtig begeistert von der Qualität. Ja, voll Alu Gehäuse. Die Tastatur, wie gesagt, können Sie abmachen. Dann haben Sie eben automatisch das Tablet gleich Tablet. Das bedient sich so wie ein Handy, müssen Sie sich vorstellen, nur eben viel, viel größer. Und Windows hat eben auch Apps wie Ihr Android Handy, wie Ihr iPhone, die speziell für Windows dann gemacht sind. Also die gängigen kriegen Sie sowieso alle. Netflix und was weiß ich alles, was es da gibt. Aber man kann hier eben dann in einer vernünftigen Größe mit fantastischem Klang arbeiten. Und ein Tablet in der Ausstattung gibt es meiner Meinung nach gar nicht. Mit so einer großen Festplatte und den ganzen Zusatzoptionen, die wir hier drin haben. Ja, unser Elite X2 1012 G2 HP Laptop. Den bestellen Sie mit der RER 15 52 und der 569. Und wir schauen jetzt einmal kurz zu unseren Kollegen zu pearl.de. Dort sehen wir, wir sind bei 480 Euro. Das ist ja auch schon echt ein super Preis hier für unseren Laptop mit Tablet-Funktion. Aber wir können das toppen. Unser TV-Sonderpreis für Sie 449,99 Euro. Das ist ein geprüfter Versandrückläufer, aber ich finde das einfach so schön. Ein Leasing-Rückläufer, kein Versandrückläufer. Ein Leasing-Rückläufer, ja. Er wurde geprüft und Sie haben hier echt die Top-Qualität. Ja. Wenn Sie lieber ein klassisches Laptop mögen, dann haben wir hier auch ein HP EliteBook 820 G2. Der Name klingt immer sehr, sehr kryptisch. G2 bedeutet, es ist die zweite Generation schon von diesem Modell. Auch der hat einen 12,5 Zoll Bildschirm. Und du hast es ganz richtig gesagt. Durch diese Größe kann man den dann mal eben in den Rucksack packen, mit in die Handtasche packen. Er hat einen Core i7-Prozessor. Ein i7-Prozessor ist der schnellste Prozessor, den Intel baut. Wir haben 16 Gigabyte RAM hier drin, in diesem kleinen Wunderwerk. RAM ist so eine Größe. Das bedeutet, so viele Programme können Sie gleichzeitig laufen lassen. Bessere Videoverarbeitung, schnelleres Internetsurfen. Das ist also ein Qualitätsmerkmal. Microsoft empfiehlt 4 Gigabyte. Wir haben hier sogar 16 Gigabyte drin. Der hat natürlich auch eine Kamera. Der hat alles, was Sie brauchen hier. Eine 128 Gigabyte große Festplatte. Das reicht auch dicke. Und das ist so ein Allround-Laptop, womit Sie also durch die Ausstattung eben auch viele, viele Jahre im Voraus da eben noch Spaß dran haben. EliteBook ist auch so eine Serie von HP, dass wir eben hier einen Geschäftsrechner für Sie haben. Einen Geschäfts-Profi-Rechner. Ich nehme den mal eben hoch hier. Dann können Sie auch sehen, wie schick der ist. So ein Geschäftsrechner muss ja auch immer sehr, sehr gut aussehen. Und das ist hier denen auch wirklich wieder gelungen. Schau mal, wie flach der ist. Wurde noch schön auf jeden Fall vom Design her. Wahnsinn. Und dann mit dieser Aluminium-Optik. Geschäftsrechner sind auch sehr robust. Das will ich Ihnen eben mal zeigen. Da können Sie nämlich so machen, ohne dass sich am Display irgendwas ändert. Das geht los damit, dass die Scharniere hier eben vernünftig gemacht sind. Das ist so eine Sollbruchstelle bei billigen Laptops. Und das hier ist vom Preis her sehr, sehr preiswert. Aber Sie kriegen hier einen Rechner, der normalerweise, sagen wir mal, mehrere Stufen höher sein müsste vom Preis und der Qualität. Sie kriegen hier einen Rechner, der so gut ausgestattet ist, dass Sie den für den Preis nicht kriegen könnten. Rechner gehen ja schon mal so bei 300, 400, 500 Euro los, also Laptops. Aber da kriegt man dann hier so eine Folientastatur. Ich nenne die immer Plastikrechner. Dann kannst du eben nicht hier mal richtig dran rütteln, ohne dass da eben noch alles heile bleibt. Ich gebe auch den dir mal eben, Diana. Der fühlt sich wunderschön an und ist sehr leicht auch. Ja, und so klein. Das bedeutet, wir können das immer mitnehmen, zum Beispiel. Ich reise auch sehr oft und natürlich für mich, das ist wichtig, dass Laptop nicht so viel Platz nimmt, dass das wirkt nicht so viel. Ja, das auch im Flugzeug kannst du immer mitnehmen, im Zug zum Beispiel auch. Und super Qualität, ne? Guck mal, Qualität von dem Bild auch mag ich sehr. Ja, da ruckelt nichts. Die Farben sind klasse. Das ist wirklich ein sehr hochwertiger Rechner, der eben normalerweise hier, wenn wir auf die UVP gucken, 1800 Euro kostet. Und den haben wir jetzt eben hier für 319,99 Euro. Es ist sowieso schwierig, im Moment Laptops zu kriegen, weil alle Leute machen Homeoffice, Homeschooling. Die Schule geht jetzt auch gerade wieder los. Ihr habt auch Laptops in der Schule gehabt, ne? Auf jeden Fall. Das braucht schon mal einfach, um die Hausaufgaben zu machen oder sich auch auf Prüfungen vorzubereiten. Und ja, du hast es gesagt, in vielen Ländern beginnt jetzt bald wieder die Schule. Vielleicht auch für ihr Enkelkind oder vielleicht auch für sie natürlich dann super praktisch hier einen Laptop und das zu diesem super TV-Sonderpreis. Also du hast ja auch gesagt, dass es viel ausverkauft ist. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Die Lieferbarkeit ist ja momentan immer so ein Thema, aber wir haben die auf Lager lieferbar. Deshalb am besten ganz schnell zum Hörer greifen, weil wir haben die noch und das zu dem perfekten Preis. Ja, gerade, sagen wir mal, so eine Familie mit zwei, drei Kindern oder sowas. Wenn die alle einen Laptop brauchen, ist das eine ganz schöne Ausgabe, gerade wenn du die neu kaufst. Und für so einen Rechner, wie gesagt, der kostet normalerweise 17, 1800 Euro. Den jetzt für weit unter 400 Euro zu bekommen, ist ein Riesendeal, an dem sie eben auch lange Freude dran haben. Sie wollen doch, dass ihre Kinder auch die besten möglichen Lernmöglichkeiten haben. Und heute in der Schule gehört es dazu, dass man einen Laptop hat, um die Hausaufgaben zu machen, um eben auch für Homeschooling und alles Mögliche. Das ist eine TV-Neuheit, die wir ja haben. Wir hatten davor eben den G1, also die erste Generation davon. Das ist jetzt eben schon die zweite Generation mit dem großen Prozessor, mit dem Core i7 Prozessor und diesen 16 GB RAM. Das finde ich so unglaublich, dass wir hier eben also wirklich auf lange Sicht in die Zukunft noch einen sehr guten Rechner haben. Egal, ob das für sie ist oder eben für ihre Kinder. Weil ich kann das wirklich verstehen. Es wird so viel erwartet heute. Und das ist, also das die Kinder haben. Es fängt mit Smartphone an, mit Laptop, mit was weiß ich, da brauchen die noch alle ihren Account bei irgendeinem Streaming-Dienst und alles. Das geht ganz schön ins Geld. Und da wollen wir heute eben auch ein bisschen drauf achten. Da sind diese Refurbished-Geräte, diese Leasing-Geräte, diese Leasing-Rückläufer, sind natürlich die perfekte Alternative zu einem neuen Rechner. Nochmal, Sie bekommen hier für den Preis einen Rechner, der normalerweise viel, viel mehr Geld kostet. Der ist getestet, geprüft. Können Sie sich darauf verlassen. Gereinigt natürlich. Also für mich von einem Neugerät nicht zu unterscheiden. Erste Wahl. Das heißt optisch und technisch einwandfrei. Da können Sie sich richtig drauf verlassen. Und wir haben die für Sie vorrätig. Ja, und Sie bestellen hier unseren schönen Laptop mit der RER 1549 unter 569 und das hier für 319,99 Euro. Unser TV-Sonderpreis für Sie. Ablagerlieferbar, aber Sie müssen natürlich schnell sein, weil die Nachfrage ist extrem groß. Und dann haben Sie ihn schon bald versandkostenfrei bei Ihnen vor der Haustür und können dann auch schon starten. Also auch mal ein richtig schönes Geschenk, weil der Laptop ist einfach richtig schick. Und weiter geht es jetzt ja auch richtig schick. In unserem HP Festspielen kann man schon sagen. Das ist jetzt im Prinzip der gleiche Rechner, nur mit einem größeren Bildschirm. Der hat jetzt einen 14 Zoll Bildschirm und hat auch wieder eine, ein bisschen größere Festplatte hat er noch. Hat auch wieder einen Core i7 Prozessor. Das heißt die schnelle Reihe von Intel. 16 GB RAM. Nochmal, das ist die Größe, damit Sie viele, viele Sachen gleichzeitig laufen lassen können. Dass Videos nicht ruckeln, dass Ihr Internet schneller geht, dass Sie, was weiß ich, wenn Sie Videos bearbeiten wollen, Fotos bearbeiten wollen. Das ist ja zurzeit ganz in. Alle machen ja Instagram und du machst das auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich brauch da auch immer einen guten Laptop mit viel Speicherplatz, guter Kapazität. Und man muss halt auch ein schön großes Display haben. Und hier ist ja auch alles gegeben. Da hast du vollkommen recht. Ich meine, allein schon die Farben hier, ne, ist der absolute Wahnsinn. Und dann ohne einen Rechner kommt man heute eigentlich gar nicht mehr aus. Egal, ob es jetzt für die Kinder oder für Sie ist. Vielleicht haben Sie auch einen Rechner, der eben so ein Video nicht so gut abspielen kann, der langsam ist, wo Sie fünf Minuten warten müssen, bis der endlich da ist. Und jedes Mal, wenn Sie die Maus bewegen, arbeitet der im Hintergrund. Das ist ein schneller, super schneller Rechner, der eben auch wieder hier zum absoluten Hammerpreis Ihnen angeboten wird. Auch der liegt in der UVP bei 1700 Euro. Und du kriegst hier einen Rechner, der normalerweise 1700 Euro kostet für 369,99 Euro. All die Laptops, die wir Ihnen jetzt zeigen. Da schenken wir Ihnen übrigens die Versandkosten. Das heißt, die kommen versandkostenfrei zu Ihnen vor die Tür. Sie brauchen also nicht in einen Laden zu gehen, sich mit anderen Leuten rumzuärgern über die paar Laptops, die noch da sind. Und für den Preis gibt es meiner Meinung nach gar keinen Laptop. Laptops gehen so bei vier, fünf, 600 Euro los. Aber das sind dann halt diese, ich sage immer, Plastikrechner, wo man, die nicht robust sind, die keine vernünftige Tastatur haben, wo die Scharniere nicht gut verarbeitet sind, die nicht so hübsch sind. Schauen Sie mal, auch der hier, super hübsch hier wieder von allen Seiten. Hier hinten sehen wir das HP-Logo. Auch der ist wieder erste Wahl. Das heißt, optisch und technisch einwandfrei, für mich nicht von einem Neugerät zu unterscheiden. Wir machen heute so viele Sachen online. Natürlich hat der WLAN, hat die Kamera, alles drin, was man so braucht. Aber was machst du denn so online, in die Hand? Du machst auch Instagram, ne? Ja, natürlich. Und zum Beispiel Shopping. Ich glaube, alle machen jetzt Shopping im Internet. Ja klar, Köln-TV. Auch zum Beispiel, ich liebe das, auch Filme gucken, ja, wenn du bist schon im Bett und dann zum Beispiel jemand guckt schon Filme, ja, im Wohnzimmer. Du nimmst einfach dein Laptop, gehst durch Schlafzimmer und auch könntest etwas Schönes gucken. Und ich glaube, mit dieser Größe ist das auch perfekt. Das ist genug groß, nicht zu klein, nicht zu groß, also auch nicht so schwer, ne? Nein, der ist sehr leicht. Das kommt noch dazu. Ich meine, Gewicht ist ein Faktor, weil man trägt das ja hin und her in der Wohnung. Und wenn man da mal eine Treppe hoch runter oder wenn man mal ins Café gehen will, Sie sehen das ja überall. Überall sitzen die Leute mit ihren Laptops und vergnügen sich damit oder machen eben Arbeit dran. Das können Sie auch machen mit diesem Laptop. Ein absoluter Einsteigerpreis für ein Gerät, von dem Sie viele Jahre was haben. Ich zum Beispiel mache auch sehr gerne, warte mal, wo haben wir es denn hier? Irgendwo haben wir hier Rezepte. Da, glaube ich. Nee, das ist die Einladung. Einladung können Sie übrigens auch mitmachen. Da hinten ist es, hier. Nee, das ist jetzt unter Livestream. Aber das können Sie da alles mitmachen. Sie können im Internet browsen. Ach guck, das sind wir ja gerade. Wir laufen gerade live. Wie schön. Aber so ein Laptop ist so universell einsetzbar heutzutage. Falls Sie noch nie einen Computer gehabt haben, die Lärmkurve ist sehr, sehr niedrig. Wir haben hier Windows 10, als Betriebssystem drauf. Da ist schon alles dabei, was Sie brauchen. Da ist Textverarbeitung dabei, ein Browser, die Kamerasoftware. Es ist alles dabei, wo man sehr schnell sich das selber beibringen kann. Früher hätte ich gesagt, suchen Sie sich einen Nachbarsjungen, der sich mit auskennt. Der erklärt Ihnen das mal zwei, drei Nachmittage und behalten Sie seine Telefonnummer. Heute kann man das wirklich sich selber beibringen. Und das ist das ideale Einsteigermodell, weil es eben so robust ist auch. Und langlebig und schön und elegant auf modernstem technischen Stand. Ja, und Ablager lieferbar ist ja auch ein großes Thema. Unsere TV-Neuheit können Sie jetzt sofort bestellen. Und dann bekommen Sie die sogar versandkostenfrei zu Ihnen. Und wir schauen jetzt einmal ganz kurz zu unseren Kollegen zu Pearl.de. Dort sind wir bei 400 Euro. Also auch hier sparen Sie heute wieder, weil Sie exklusiv hier Pearl TV schauen. Und unser TV-Sonderpreis für Sie liegt bei 369,99 Euro. Mit der RER 15 50 unter 569 kann das schon bald Ihr neuer Laptop sein. Und ich finde, der hat alles, was man sich zu träumen oder wünschen lässt. Er hat alles. Er sieht so schön aus. Also Wahnsinn. Ja, es ist ein eleganter, schlanker Rechner mit tollen, tollen Werten. Das heißt von der Technik super ausgestattet, modern ausgestattet, von dem Sie eben viele, viele Jahre was haben werden. Hier oben sehen Sie die Webcam. Also da können Sie auch dann mal Skype machen oder mit Ihren Lieben eine Videokonferenz. Bei mir, meine Mutter wohnt in Hamburg, die sehe ich nicht so oft. Wir machen das also regelmäßig. Sie auf ihrem Handy, ich bei mir auf dem Laptop. Das funktioniert einwandfrei. Wir haben so tolle Möglichkeiten, heute mit dem Internet einen Computer zu benutzen. Das ist kein Fremdwort mehr heutzutage, Computer. Das kann wirklich jeder benutzen und dann eben für gute Sachen, für Kontakt, um in Kontakt zu bleiben. Facebook, Instagram, das sind alles tolle neue Medien. Da können Sie Teil von sein. Ja, wie gesagt, Sie können hier bestellen mit der RR 1550 und der 569. Das ist zu unserem schönen TV-Sonderpreis von 369,99 Euro. Und wir machen jetzt auch schon weiter mit einem Nix-Laptop. Ja, und das ist unser Königsgerät hier. Die Anna hat es sich schon geschnappt. Ich hatte gar keine Chance, das auf den Tisch zu bekommen. Das ist unser HP Z-Book. Z-Book ist die, ich sage die Königsklasse von HP, die haben sich mal überlegt, Mensch, wir möchten doch vor 10, 15 Jahren, Mensch, wir möchten doch mal alles, was in so einem Desktop-Rechner ist. Das sind diese großen Kisten, die immer unter dem Schreibtisch stehen. Das möchten wir in einen Laptop packen, von der Technik her. Und das ist Ihnen hiermit gelungen. Also hier sind nur die besten Bauteile drin. Ich lese mal ganz kurz vor, was der alles hat. Er ist einmal sehr groß, mit 15,6 Zoll Bildschirmdiagonal. Das sind fast 40 Zentimeter. Er hat einen modernen Xeon-Prozessor hier. Er hat 32 Gigabyte RAM. Das ist schon mal was, nochmal eine Nummer größer. Das heißt, hier kann man also wirklich ganz viele Sachen nebeneinander laufen lassen. Wir haben eine dedizierte Grafikkarte. Und da möchte ich mal ein bisschen was zu sagen. Grafikkarten sind normalerweise so ein Chip, der da irgendwo drin ist. Hier haben wir eine eigene Grafikkarte drin. Das bedeutet, wenn Sie große Videos gucken und bearbeiten wollen, geht das sehr schnell. Also alles, was grafikintensiv ist, funktioniert hier einwandfrei drauf. Bei Spielen zum Beispiel. Wenn Sie schon mal Computerspiele bei sich zu Hause gemacht haben, moderne, wo sich alles ganz schnell bewegt, dann kann man die nicht, dann sieht alles ein bisschen pixelig aus, es ruckelt alles. Der hier hat eine Grafikkarte, die das für Sie managt. Das heißt, hier kann man den auch wirklich zum Spielen noch benutzen. Wir haben eine, natürlich wieder Bang und Olufsen Sound. Das ist da oben, steht es dran am Gehäuse. Der hat einen irren Klang hier. Natürlich HDMI-Ausgang. Das ist Webcam. Es ist alles drin. Auch der ist erste Wahl. Hier, das ist die Premium-Serie von HP. Das sind normalerweise Rechner, die im Computerladen in der Glasvitrine stehen. Und man muss da schon, mit Turnschuhen wird einem der gar nicht erst vorgeführt. Da muss man schon vernünftig aussehen. Dann kommt einer von hinten mit dem Schlüssel, schließt sie Ihnen auf. Wenn Sie Glück haben, dürfen Sie ihn anfassen. Wir haben ihn jetzt hier. Und ich sage, das ist mal für so einen Allround-Rechner-Einsteigerpreis. Die UVP dieses Rechners, und jetzt halten Sie sich festlich bei 3.800 Euro. 3.800 Euro. Da kann man ein Auto für kaufen. Ja, das stimmt. Das ist ordentlich viel Geld. Als Neugerät. Aber wir haben ihn hier auch wieder als Leasing-Rückläufer zu einem Hammerpreis. Ja, und wir schauen einmal ganz kurz zu Pöll.de. Und dort sehen wir, wir sind bei 900 Euro. Und Sie sehen jetzt eingeblendet, unseren TV-Sonderpreis für Sie 849,99 Euro. Bedeutet hier, unser schöner HP-Laptop kommt auch für Sandkosten frei zu Ihnen. Und das sogar ab Lagerlieferbar. Sie brauchen in kein Geschäft gehen und da irgendwie die letzten Laptops sich anschauen. Hier haben Sie wirklich Qualität. Und das zu unserem wahnsinnig guten TV-Sonderpreis. Und ich bin so begeistert hier auch von der Größe, von der Leistung, von dem Speicherplatz. Also Wahnsinn. Wenn Sie sich was ganz Besonderes gönnen wollen, dann holen Sie sich diesen Rechner. Also wie gesagt, man müsste heute für einen normalen Einstiegsrechner mit 4 GB RAM, vielleicht 8 GB RAM von der vernünftigen Marke, müsste man so ungefähr, ich würde mal sagen, 700, 800, 900 Euro ausgeben. Wenn man sie überhaupt bekommt. Dieser hier ist ein Hochleistungsrechner, der super Klang hat, der einen super Bildschirm hat. Alles an dem Rechner ist erste Wahl. Und das ist eben das Besondere hier. Deswegen kostet der neu auch 3.800 Euro. Ich weiß nicht, wie wir es machen, aber wir haben den hier für Sie jetzt für 849,99 Euro. Diana, was hältst du von dem Rechner? Der ist so schnell. Du hast ihn doch auch schon mal ausprobiert. Letzte Woche oder so, habe ich gesehen, hast du dran gesessen und mit Bildern gearbeitet für dein Instagram. Das macht Spaß wirklich. Das ist einfach, du kannst genießen, wenn du arbeitest bei einem wirklich guten Laptop. Und für mich, das ist mein Favorit, muss ich sagen. Ja, weil groß, so super Bild auch und natürlich die Geschwindigkeit bei der Arbeit ist wahnsinnig. Das macht, als du Bilder bearbeitet hast. Das war ja fast in Echtzeit. Sie kennen das vielleicht. Sie machen irgendwas an Ihrem Bild und dann dauert es 3, 4 Sekunden, bis es auf dem Bild ist. Bei dem ist das sofort. Das hatte dich so umgehauen. Ja, und ich glaube, das ist ein super Preis zu diesen Qualitäten. Ja, es ist ein First Class Rechner, ein Hochleistungsrechner, den Sie hier zum Einsteigerpreis bekommen. Nochmal, Einsteigerpreis und nicht 3.800 Euro. 849,99 Euro hier. Ist natürlich auch super schlank, super elegant. Da wird halt auch auf die Form geachtet. Das ist ja ein Prestigerechner für HP. Die machen auch Konsumerrechner, die dann eben nicht so gut verarbeitet sind. Aber wir sprechen hier von der Business- oder Profiklasse. Und das ist jetzt nochmal, ich sage mal, top of the line dafür. Unsere ganzen Rechner, die wir Ihnen hier zeigen, sind Leasingrückläufer. Das bedeutet, Sie zahlen hier einen Bruchteil dessen, was die Rechner neu kosten. Die haben wir natürlich auch nur in begrenzter Stückzahl, also in limitierter Stückzahl. Wenn die weg sind, sind sie weg. Die können wir nicht nachbestellen. Insofern, wenn Sie etwas sehen, sollten Sie sich das jetzt bestellen. Es ist alles lieferbar für Sie. Und Sie sehen, was Sie hier sparen. Es ist der absolute Wahnsinn. Ja, und das HP ZBook 15 G3 bestellen Sie mit der RR 1541 und der 569. Und das zu unserem schönen TV-Sonderpreis von 849,99 Euro. Und vielleicht brauchen Sie auch einen neuen Laptop oder vielleicht auch Ihr Enkelkind. Dann schlagen Sie jetzt auf jeden Fall zu. Wir haben hier viele TV-Neuheiten auch dabei gehabt. Also ich bin richtig begeistert hier. Wahnsinn. Ja, TV-Neuheiten, das heißt, die haben wir das erste Mal jetzt im Fernsehen, weil wir die halt reinkriegen. Und dann wollen wir die Ihnen natürlich auch immer sofort zeigen. Wir machen nochmal eine kleine Zusammenfassung. Wir haben angefangen mit diesem wunderbaren. Dein Favorit hier auch, glaube ich. Du arbeitest mit dem. Das ist dieser Rechner, den man gleichzeitig eben auch als Tablet benutzen kann. Das ist magnetisch festgemacht hier. Und dann können Sie hier ganz einfach mal auf so einer Internetseite hoch- und runterscrollen. Sie können hier ganz einfach mal reinzoomen, rauszoomen. Es geht alles hier, wie Sie es vom Handy kennen. Wenn Sie es drehen, geht es automatisch eben auch auf Hochkant. Und vorne und hinten eine Kamera dran. Ein fantastisches Gerät, finde ich. Und super flach. Schauen Sie mal. Ja, richtig schick, ja. Ich benutze ihn auch selber zum Arbeiten und kann ihn nur ans Herz legen. Das macht richtig Spaß hier mit der Funktion als Tablet, aber natürlich auch als Laptop dann wieder. Also wahnsinnig gut. Und das zum TV-Sonderpreis von 449,99 Euro mit der RER 1552 und der 569. Kann das schon Ihr Produkt sein? Oder wir hatten ja auch noch einen weiteren schicken Laptop. Ja, noch einen HP-Rechner. Wir haben nur HP-Rechner. Alles erste Wahl. Leasing-Rückläufer, die Sie zu einem unglaublichen Preis bekommen können. Das hier ist wieder so ein klassisches Laptop. Wunder, wunderschön von HP. Die machen einfach Qualität hier mit 16 Gigabyte RAM. 16 Gigabyte. Es läuft alles super flüssig. Das ideale Einsteigermodell, für das Sie hier eben nicht die unverbindliche Preisempfehlung von 1800 Euro bezahlen, sondern nur 319,99 Euro. Ja, und den bestellen Sie sich hier ab Lagerlieferbar. Versattkostenfrei mit der RER 1549 und der 569. Du hast es gesagt, unser TV-Sonderpreis liegt bei 319,99 Euro für einen schönen, schicken HP-Laptop. Also wahnsinnig guter Preis. Und wir hatten auch schon weitergemacht mit einem nächsten Laptop. Ja, dann hatten wir dieses Laptop. Das hat einen bisschen größeren Bildschirm. Auch die super Ausstattung hier. Ein tolles, tolles Bild, was wir hier haben. Was wir eben hier wieder als super Preis Ihnen anbieten können. Die Laptops bis jetzt haben alle unter 400 Euro gekostet. Versuchen Sie mal, einen Laptop unter 400 Euro zu kriegen. Da kriegen Sie nichts. Vielleicht einen richtigen Plastikrechner, den Sie nur einmal angucken müssen. Dann fallen die Tasten raus. Dann fällt der Monitor von dem Körper ab. Das ist alles super verarbeitet. Tolle Qualität hier von HP zum TV-Sonderpreis. Ja, und der liegt hier bei 369,99 Euro. Und Sie bestellen ihn mit der RER 1550 und der 569. Und dann haben Sie hier den Spaß und die Qualität. Und der ist optisch ein richtiger Leckerbissen. Also wenn man den mal auf dem Büro stehen hat, auf dem Schreibtisch, da gucken bestimmt die Kollegen. Aber natürlich auch für die Schule super Gerät. Ja, und weiter geht es mit unserem Highlight. Diana hält den Gratschen in der Hand. Ja, Diana hat unser Spitzenmodell ein. HP Z-Book. Ein HP Z-Book 15 G3, dritte Generation. Nur die besten Bauteile drin. Eine bangen und olofsen Soundanlage. Eine dedizierte Grafikkarte, mit der Sie eben dann auch hoch, ja, Anforderungen, höchste Anforderungen in Grafik mit bewältigen können. Ob das Spiele sind, ob das Bildbearbeitungen sind. Diana liebt diesen Rechner. Er ist schlank und elegant, hat die Werte eines Desktop-Rechners, also eines riesengroßen Rechners. Hier unser HP Z-Book. Auch das statt 3.799 Euro für Sie zum TV-Sonderpreis. Ja, und der liegt hier bei 849,99 Euro. Bedeutet, er kommt auch versandkostenfrei zu Ihnen. Sie bestellen ihn mit der RER 1541 und der 569. Und auch das hier ein richtiges Highlight, auch vom Design her, von dem großen Bildschirm. Natürlich hier Bang und Olofsen, die Soundanlage, Wahnsinn. Irre, ne? Gerade wenn man mal Filme guckt, Musik hört, dann machen wir alle gerne. Kommt das richtig gut rüber. All diese Rechner sind ab Lager lieferbar. Sie müssen sich nur einen aussuchen. Es ist clever, Leasing-Rückläufer zu kaufen, weil man hier einen Bruchteil des Neupreises bezahlt, aber beste Qualität bekommt. Das sind alles Geschäftsrechner, alles erste Wahl für Sie. Stark heruntergesetzt im Vergleich zum Neupreis. Sie kriegen unsere Gewährleistung natürlich noch dazu. Zwei Jahre Garantie. Wir sind stolz darauf, Ihnen die anbieten zu können. Jetzt ist an Ihnen anzurufen und sich Ihr Modell zu bestellen. Bis bald. Bis bald.